KPM Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Und ich hatte ja gesagt, ich will ein paar Mineralien sammeln gehen, das habe ich auch getan, ihr seht das hier unten. Und ja, dann gehen wir jetzt an unser Forschungsterminal und erforschen ein paar Waffen-Upgrades. Okay, hier fehlen uns natürlich Upgrades, aber wir können den schweren Pistolen-Schan uns holen. Das werden wir auch tun. Das dürfte auch wieder... Ja, jetzt sind direkt wieder zwei freigeschaltet. Gut, gucken wir mal, ob wir sonst noch irgendwas haben. Panzer-Upgrades, brauchen wir biotischen Schaden und Medi-Gail-Kapazität und so weiter. Moment. Moment! Erfordert ein Medi-Gail-Kapazität-Upgrade zum Freischalten. Eigentlich galt halt ihre Gruppe auf volle Gesundheit, das wäre ganz, ganz wichtig. Allerdings weiß ich nicht, wo ich noch Medi-Gail-Kapazität herkriege. Muss ich mal gucken. Gut, die wollen wir uns nicht holen, weil die mir einfach zu viel Iridium kosten. Basta. Holen wir uns lieber hier noch die schweren Pistolen-Upgrades und so weiter. Jetzt ist unsere schwere Pistole auch wenigstens mal was wert. Gut, damit ist unser ganzes Palladium schon wieder weg. Ähm, tropische Durchdringung. Äh, fehlt uns noch. Würdest du zurückgehen? Danke. Tschüss, Verbesserung. Wie es laggt. Warum lagst du so? Du hast keinen Grund. Boah, wie es gerade laggt. Boah, was zur Hölle. Was zur Hölle geht ab gerade. Das ist unnötig. Unnötig. Boah. Das geht ja gar nicht klar. Was zur Hölle. Wie es laggt. Wie es laggt. Ähm, so spiele ich das Spiel aber nicht weiter. Okay. Gut, ich werde es mal versuchen. Vielleicht geht es ja. Das ist schon mal schön. Hören wir mal an die Galaxiekarte. Vielleicht wird es ja dann wieder normal. Ja, ich bin hier in irgendeinem System. Gerade Mineralien am Sammeln. So, fliegen wir. Oh Gott, wie es laggt. Nach Ilium. Okay, das lief jetzt lagfrei. Ist jetzt auch lagfrei. Nein, es laggt immer noch. Was zur Hölle. Ilium, landen. Bitte. Danke. So, ich brauche noch einmal Medi-Gel-Kapazität. Ich weiß nicht, wo ich es finde. Ich muss mich da echt nochmal ein bisschen rumsuchen. Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Hm, wo könnte das sein? Auf der Citadel wäre möglich. Müssen wir mal bei Gelegenheit auf die Citadel fliegen. Und Samara ist loyal. Und hat jetzt ein schwarzes Outfit. Und wir nehmen Miranda mit. Und wir nehmen Morden mit. Aus Jucht und Tollerei. Warum nicht? Ich meine, der hat es auch verdient, mal wieder dabei zu sein. So. Äh, Shepard braucht nichts. Miranda hatte ich seit der ersten Mission nicht mehr dabei. Die, äh, könnte ein paar Upgrades vertragen. Einmal upgraden wir ihren Cerberus-Offizier. Seiner Cerberus-Anführerin. Dann, äh, ja. Was könnt ihr brauchen? Warp wäre nicht schlecht. So, Warp. Instabiler Warp vergrößert den Wirkungsradius. Oder verbessert der Warp. 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 So. Rang erwerben. Morden. Hat sieben Punkte immerhin. Es reicht, um seinen salarianischen Wissenschaftler aufzustufen. Ich werde jetzt ihre ganz speziellen, äh, Aufstufungsdinger mal nehmen. Weil das langsam bei denen Zeit wird. So. Beenden. Entschuldigen Sie. Oh. Einen Quälen zufolge waren Sie kürzlich in einem Lagerhaus. Äh. Haben Sie vielleicht zufällig einem Mr. Thacks fragwürdige Transportpapiere zukommen lassen? Wem? Ja, habe ich. Sie sahen verdächtig aus, also habe ich Sie weitergeleitet. Ich vertrete Mr. Thacks. Er ist Ihnen sehr dankbar. Bitte nehmen Sie das als Belohnung dafür an, dass Sie ihn auf die Unregelmäßigkeiten aufmerksam gemacht haben. Ich helfe gern. Es war mir ein Vergnügen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich habe eine Nachricht für Miss Lawson. Danke. Lantea hat ein Zimmer im Eternity reserviert und wird dort warten. Danke, Edi. Äh, what the fuck? It's like... Was war das denn bitte? Was wollte der Kroganer jetzt von mir? Ich habe es nicht verstanden. Nun gut. Ähm... Verzeihung, aber ich telefoniere. Na und? Ich will dich gerne stören. Okay. Ist hier irgendwo... ...noch was zu kaufen? Da können wir mal gucken. Cirrus Technology. Ich suche nach den besten... Medi-G-Kapazität. Na geht doch. So, dann können wir noch biotischen Schaden kaufen. Das brauchen wir auch noch. Natürlich brauchen wir das. Und Tech-Schaden werde ich jetzt einfach auch noch mitgehen lassen. Und Regierungsmodul werde ich mir nicht holen. Wie gesagt. Gut. Ähm... Es laggt nicht mehr, so wie es aussieht. Das ist gut. Medi-G-Kapazität. Jetzt können wir uns das gleich besorgen. Das Upgrades... Die hast du schon seit Wochen. So, ähm... Wo gehe ich gerade eigentlich hin? Ich bin völlig falsch. Ich laufe hier einfach planlos rum. Dabei weiß ich doch, wo es lang geht. So, müssen wir hier lang. Müssen wir in die Eternity-Bar. Wow. Das weißt du jetzt, dass Horizon angegriffen wurde. Interessant. Das ist nur schon ewig hier. Eternity. Eternity. Wir wollen zur Eternity-Bar. Wo bist du, Eternity-Bar? Eternity-Bar. Wir müssen zu dir. Damit wir im Kontakt von Miranda reden. Wir... Wo seid ihr? Da ist er doch. Lantair. Miss Larsen, es freut mich, dass Sie es geschafft haben. Es gab Komplikationen. Was ist passiert? Ist mit Orianna alles in Ordnung? Es geht ihr gut, aber... Sie haben einen Mann namens Niket als vertrauenswürdige Quelle angegeben. Er hat mich kontaktiert und davor gewarnt, dass Ihr Vater Eclipse-Söldner losgeschickt hat, um hier aufzuräumen. Er hat angedeutet, dass die Söldner nach Ihnen persönlich Ausschau halten würden. Deswegen hat er vorgeschlagen, Oriannas Familie selbst zum Terminal zu bringen. Wer ist Niket? Sie haben Niket bisher gar nicht erwähnt. Er ist ein Freund. Wir kennen uns schon sehr lange. Kommt noch jemand Ihrer anderen Kontakte auf Ilium mit, Miss Larsen? Nein. Ich traue bei dieser Sache nur Ihnen und Niket. Was sollen wir machen? Es ist Ihre Schwester, Miranda. Wie wollen Sie verfahren? Lantea, wir befolgen Nikets Vorschlag. Shepard und ich nehmen den Wagen und ziehen Ihre Aufmerksamkeit auf uns. Niket soll die Familie zum Shuttle eskortieren. Geben Sie ihm vollen Zugriff auf den Reiseplan der Familie. Nur zur Sicherheit. Verstanden, Miss Larsen. Der Plan lautet also, dass Eclipse uns abschießt, während Ihre Schwester in Sicherheit gebracht wird? Eclipse hat bestimmt Befehl, meine Schwester lebend beizubringen. Sie werden nichts riskieren, das uns töten könnte. Gehen wir. Bereit, wenn Sie es sind, Miranda. Danke, Shepard. Ich weiß das zu schätzen. Ich hatte nicht mit Eclipse gerechnet, aber die noch weniger mit Ihnen. Tja, dafür sind wir doch da. Irgendwelche Aufgaben lösen, für unsere lieben Partymitglieder. Ach, Miranda, ich hatte dich bisher einmal dabei und das war ganz am Anfang. Und danach wurdest du mir einfach zu unwichtig, weil Garrus und Thane und Grunt cooler sind. Gut, ich werde trotz alledem den Professor mitnehmen, weil er so coole Sprüche lässt ab und zu. Oh mein Gott, ich habe das doch gerade erst getan. Was wollt ihr von mir? Verdammt! Jäger der Eclipse-Söldner. Sie laden Truppen in den Frachtzonen ab. Das siehst du aus einer Sekunde? Niedlich. Bringen Sie uns in Deckung hinter Ihnen. Hoffentlich wollen wir uns wirklich lebend kriegen. Nicht feuern! Ich sagte nicht feuern, verdammt! Verdammte Scheiße, nie wieder schießen, klar. Das ist gefährlich. Ich habe es im Griff. Du hast es im Griff. Na, das wüsste ich ja. Da Sie noch nicht schießen, wissen Sie vermutlich, wer ich bin. Ja, es hieß, Sie wären in dem Wagen. Sie sind das Miststück, das die kleine Tochter von unserem Boss verschleppt hat. Verschleppt? Die Sache hier betrifft Sie nicht. Sie sollten Ihre Männer nehmen und gehen. Sie glauben wohl, Sie haben alles im Griff, was? Captain Enjala ist bereits dabei, sich die Kleine zu schnappen. Sie weiß über Niket Bescheid. Der wird Ihnen nicht helfen. Ich gehöre zu Miranda. Sie kriegen Mirandas Schwester nicht. Aber wenn Sie es drauf anlegen, geht das hier böse für Sie aus. Captain Enjala hat befohlen, Ihnen eine Chance zum Abzug zu geben. Aber während unserer Unterhaltung haben meine Männer Schussposition bezogen. Wenn ich Befehl gebe, bricht die Hölle über Sie herein. Ich schlage also vor, dass Sie friedlich abziehen. Denn sonst wird es echt hässlich. Ich wollte das nicht tun. Wir brauchen Verstärkung. Die Schadens-Upgrades für unsere Waffen sind Bombe. Schaut euch mal an, wie die reinhauen. Oh, Drohne im Flug erwischt. So. Oh, habt ihr es gerade gesehen? Der ist voll gesprungen. Stirb. Oh, verdammt. Aus Empfindlichkeit zu hoch. Aktiviere Kampfdrohne. Du bist auch noch dran. So. Na, wo sind deine Männer, die Schussposition bezogen haben? Nur der noch? Das ist ja niedlich. Das ist ja echt süß. So viel zu deinen Männern, mein Freund. So. Weiter geht's. Ich bin ja auf dem Weg. Die Upgrades hauen so rein, Leute. Schaut euch das an. Das ist krank. Ich hab ganz vergessen, wie wichtig die Upgrades in diesem Spiel sind. Das ist das Einzige, was wir hier tun müssen. Fahrstühle benutzen und Gegner abschießen. Team 4, hören Sie mich? Team 4. Moment, ich hab eines ihrer Funkgeräte. Ach was. Mal sehen, ob ich rausfinden kann, womit wir es hier zu tun haben. Shepard, ich glaube, ich schulde Ihnen eine Erklärung. Orianna ist nur genetisch, meine Zwillingsschwester. Mein Vater hat sie erst gezeugt, als ich schon ein Teenager war. Sie sollte mich ersetzen. Ich konnte nicht zulassen, dass mein Vater ihr dasselbe antut wie mir. Darum habe ich sie gerettet. Sie ist jetzt fast eine Frau. Wir müssen zu ihrer Schwester. Wenn Eclipse weiß, wo Orianna ist, werden sie bestimmt bald losschlagen. Wir müssen uns beeilen. Richtig. Die Worte des Söldners haben mich ein wenig nervös gemacht. Wenn sie irgendwie an Niket rangekommen sind, wird die Sache schwieriger als geplant. Den Plänen zufolge, die ich studiert habe, müssen wir durch die Frachtverladeanlage, um zu Orianna zu kommen. Los geht's. Suchen wir Niket und Orianna. Also los. Morden ist dabei. Uns kann nichts passieren. So, fahren wir hoch. Und weiter geht's. Sie sind auf der anderen Seite des Transportbandes. Teilen Sie Ihre Schüsse. Ja, ja. Schon okay. Wo sind sie denn? Ich sehe sie nicht. Wo denn? Hallo. Wir wurden entdeckt. Oh, direkt ein Explosivbehälter. Keine gute Idee. Oh, das sind ja wirklich viele. Heilige Scheiße. Aha. So. Wo sind noch welche? Ah, da. Wir sind dahinter. Morden Miranda macht keinen Mist. Du stehst nicht wieder auf. Hier ist der Nieder. Hältet das Miststück fern. Die Ketten nähert sich dem Transportterminal. Rüber da. Ich will die Muni, die die fein gelassen haben. Los, 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 los. Munition. Oh, hier hätten wir auch rüber gekönnt. Äh, gekönnt. Gekonnt. Aber ich nehme halt gern Umwege. So ist das halt. So. Maschinenpistole scannen. Das sieht interessant aus. Noch mehr Schaden. Sehr gut. Oh. Oh, immer ihr Mechs. Ihr seid unnötig. Zusätzliche Präzision macht's wirklich einfach. Schöp. Oh. Und wo? Ich wechsle mal meinen Standort. Oh, wie süß. So viele Explosionsverhältnisse.